Den Satz muss ich mir erst zurechtlegen. Ja, ich bin Mitte der 90er Jahre zu CSL hier an den Standort gekommen. Nach einigen Jahren der Tätigkeit als Ingenieur hat sich mir dann die Möglichkeit eröffnet, in andere Fachbereiche reinzuschauen. Und Vorgesetzte haben das Ganze erkannt, haben mich gefördert und so hatte ich die Möglichkeit auch andere Abteilungen zu leiten und auch hier Verantwortung zu übernehmen. Das kommt auch mit rein. Zurzeit leite ich eine Produktionsabteilung mit ca. 120 Mitarbeitern. Fragen Sie nochmal? Nee, Moment. Frage stellen? Hier am Standort stellen wir aus Blutplasma hochwirksame Medikamente her, die für Immunschwäche-Krankheiten, seltene Erbkrankheiten, wie zum Beispiel Blutererkrankungen oder Immunschwäche-Krankheiten, eingesetzt werden. Man kann sich den Produktionsprozess wie ein großes Zahnrad vorstellen, oder nein, wie ein Großuhrwerk, bei dem Zahn für Zahn ineinander greifen muss. Jedes dieser Zahnräder stellt einen Produktionsbetrieb dar, die abgestimmt aufeinander arbeiten müssen. Keine Ahnung. Okay, stopp. Okay. 2014 war ich das erste Mal als externe Praktikantin hier und habe da auch zum ersten Mal die Prozesse kennengelernt, und auch die Menschen, die hier arbeiten und wusste damals schon, dass ich hier später arbeiten will. Ihr könnt ruhig vorbei. Ich bin als Prozessmanagerin tätig und unterstütze zurzeit ein Projekt, die das Vorprodukt später für diese Anlage herstellen soll. Oh, Mensch. Damit alles reibungslos funktioniert, erfordert es natürlich eine große Abstimmung, hier am Standort, aber auch international mit unseren anderen Produktionsstandorten. Das Besondere am Standort Marburg ist, dass wir eine enorme Produktpalette haben. Denn allein aus dem Blutplasma gewinnen wir hier schon 20 Medikamente. Und dazu kommen dann noch unsere rekombinanten Produkte. Also die Frage ist jetzt, was ist für mich das Besondere? Das Tolle an unserer Arbeit ist natürlich, dass wir den Patienten helfen. Aber darüber hinaus gibt es viele spannende Sachen, die es für mich wirklich attraktiv machen, hier zu arbeiten. Was ich hier toll finde, ist, dass man sich weiterentwickeln kann. Ich zum Beispiel mache meinen Master und das Unternehmen unterstützt mich einfach. Unsere Teams funktionieren einfach. Wir haben große Investitionen, wir haben innovative Projekte und man merkt einfach überall, es geht voran. Können wir das nochmal vorspielen?